Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Amatare, dies ist ein Versuch, mich zu filmen, während ich mich filme. Ich habe jetzt auch eine Action Cam, eine so genannte Action Cam, und da muss man aber ja keine Action machen unbedingt. Aber auch relativ preiswert ist, ohne Fernbikino oder anzugreifen und probieren wir das mal, was dann wohl so sich da abspielt oder auch nicht mehr, wenn wir das wissen im Voraus, ob das jetzt interessant ist oder weniger. Ja, ich habe auch schon in einem verspingerten Aufzug einen Film gemacht, einen Film gemacht, Man in the Mirror, also ein Mann im Spiegel, beziehungsweise in mehreren Spiegel, dann, die sich ineinander spiegeln. Die Spiegel? Äh, ja, äh, ich, ähm, denke, 1 Minute 39, ansteigend, äh, alles Gute, und, äh, das soll vielleicht vorerst reichen, und, ähm, ähm, äh, der Siegels, Ja, ich mache mir, äh, werde ich das jetzt alles mal, ähm, Ähm, doch so, ja, na gut. Sehr geehrte Damen und Herren, äh, lieber aber...